Dingels Jetzt seit neuestem Und ja Das reicht jetzt fürs Erste Wir können ja einen Weg aus Klostein machen Da brauchen wir aber noch ein bisschen mehr Klosteinstaub Und Der Baum, den können wir ja mal da lassen Dann machen wir hier lieber den Weg Okay, ich fange schon mal an So, wo wollen wir den denn lang machen Wenn wir von hier drüben kommen Da so mitten durch Also muss das hier weg Holzen wir einfach mal die ganzen Bäume ab Holz kann ja nie schaden Und da ist auch schon die Steinnacht kaputt Ja, Holz kann nie schaden Außer den Äxten Ich weiß ja auch nicht aus, was wir den Weg machen wollen Ob wir da Gravel nehmen wollen Aber davon haben wir gar nicht so viel Deswegen denke ich eher mal nicht So, sterbt ihr Bäume Und dann Klatschen wir nach Hause Und wir Kraften uns erstmal ein bisschen Klostein Würde ich sagen So Einen kriegen wir noch hin Und jetzt nicht mehr Und alles rein damit Und rein damit Und das da mache ich wieder so Und dann Rein damit Und wir machen uns eine Rüstung So, wir haben Stiefel Also brauchen wir noch eine Hose Und eine Helm Genau Und Ein Oberteil Nein, wir brauchen keine Zweine Obwohl, Zweine könnten wir uns eigentlich auch machen Wäre ja eigentlich gar keine so Schlachte Idee Jetzt haben wir natürlich den schönen Skin verdeckt Ich bin am Überlegen Ich überlege Und überlege Und Ich gehe weg Wir können ja erstmal wieder was futtern So einen Apfel oder so So einen kleinen Snack für zwischendurch Ach Doch nicht da Sondern da Und dann Machen wir uns Und jetzt würde ich sagen Nochmal kurz eine Kiste Weil wir haben eindeutig zu viel Werkzeug Und zu wenig Platz So Machen wir erstmal hier alles raus Und Das in der richtigen Reihenfolge So Und jetzt können wir ja ein bisschen ordnen Erde So Und das war es dann auch schon Dann machen wir Hier die Spitzhacken Machen wir da hin Kopple Wo machen wir den denn hin Machen wir das so So Alles schön sortiert Steinspitzhacken Haben wir hier drin Dann noch ein bisschen Werkzeug Außer Knüppel Wir haben noch ganz viele Knüppel Warum haben wir so viele Knüppel Nein wir haben kein Werkzeug mehr Null Und Ja So dann haben wir auch schon ein bisschen Alles was wir brauchen Brauchen wir noch irgendwas Wir machen vielleicht Wir können ja nochmal den Knüppel wegbringen Zumindest die Hälfte von den Knüppeln So Und dann gehen wir da hin Und scheren wieder Schafe Mama mia Und die Schweine können wir ja auch gleich wieder schlachten Das ist ja auch wieder so toll Dass wir immer wieder Schweine schlachten können Und jetzt BAM Scheiß Naja mal gucken Schlachten wir ein paar Schweine Und zwar Schlachten wir Welche schlachten wir denn mal Da guckst du nur Blödschwein Weil du so blöd guckst Schlachten wir dich Warum denn nicht Ist das eine Schweine schon gewachsen Eins zwei drei vier fünf sechs Ach da steht noch eins Eins zwei drei vier Fünf sechs sieben acht Komm tot Und dann können die Kleinen ja wachsen Und dann lassen wir die mit deren Eltern Liebe machen Wir könnten ja auch einen roten Teppich Ganz von da bis nach hier machen Also von der Da drüben von der Mine bis hier her Muss ich mir noch überlegen Ich brenne auf jeden Fall erstmal nichts Weil das sich noch nicht lohnt Sondern wir machen ein Ne wir machen kein Das machen wir auch noch nicht Und dann Alles da rein Wir müssten auch mal wieder ein bisschen sortieren Weil sonst Ja Wisst ihr ja was dann passiert Haben wir hier eigentlich noch was drin Ne das habe ich ja alles rausgeholt Ach ja genau Ich wollte ja das hier machen Wo haben wir es denn da Das wollte ich machen Und dann Ja können wir vielleicht sogar Heute die Dinge ins Fertigstellen Ja also die Mine fertigstellen Ich kam gerade nicht drauf Was ich alles mit der Mine habe Ich weiß ja nicht Jo Mal gucken Das Dach machen wir dann auch noch aus Stein Würde ich sagen Salah Wir fangen an Also weg damit Oder wollen wir das Dach spitz machen Aber da wäre ja erstmal unser Haus dran Mit dem richtig machen Nicht dass da Dann irgendwie kacke aussieht Das fände ich nämlich Nicht so toll Jo Und das wird jetzt erstmal reichen Den Rest können wir dann gleich machen Ich will nur nicht zu viel Abbauen Weil ich nämlich nicht weiß Bis wohin es reicht Und sonst müssen wir wieder alles bauen Und so Da kann ich ja erstmal offen lassen Und da kann ich ja erstmal was hinbauen Wo es nicht hin soll Hat sich ganz schön Verringert Die Abbauzeit Habe ich so das Gefühl Weil das ging irgendwie mal Langsamer Oder nicht Oder täusche ich mich da jetzt irgendwie Weiß ich nicht Egal Ist ja auch egal Ich konzentriere mich jetzt lieber aufs Reden Weil sonst wird es euch langweilig Und dann Ja Wisst ihr ja was passiert Also was kann man denn mal erzählen Ich rede noch ein bisschen über die neue Sprache Also über die Sprache Die ich eingefügt habe Da ist nicht nur Ideen von Kronk und von mir drinne Sondern auch noch ein paar Ideen von Jonas Und das werde ich dem dann natürlich auch schicken Die Sprache Also könnt ihr in seinem Let's Play auch noch ein paar Änderungen erwarten Und ähm Marcel Äh Entschuldigung Nein Nicht Marcel Ich labere schon wieder Scheiße Also TheMG Zocker Der hat mich mal gebeten Da Äh Ich habe mich mal gebeten Ich habe mich mal gebeten